Allen spätestens seit dem Ausbruch der Corona-Krise ist allen klar, dass die Miliz eine ganz wesentliche Säule für die Sicherheit unseres Landes ist. Und es braucht daher entsprechende Ressourcen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, klar ist festzuhalten, dieses Milizpaket deckt noch bei Weitem nicht den Bedarf unserer gesamten Miliz ab. Aber für alle Milizsoldaten ist das ein relevanter, erster und sichtbarer Erfolg. Das heißt, wir sind in die richtige Richtung unterwegs. Weitere Schritte müssen folgen. Und in diesem Sinne bin ich der Frau Bundesministerin und auch der gesamten österreichischen Bundesregierung sehr dankbar zum Bekenntnis einer gestärkten Miliz und damit auch einem gestärkten österreichischen Bundesheer. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Wir warten jetzt vielleicht nur noch zu uns. Die Frau Bundesministerin, wer da ist, den Sie zu stellen fragen. Vielleicht nur ganz kurz. Das hat nur etwas mit dem Wetter zu tun und mit dem Kreislauf. Also kein Grund zur Sorge. Aber an dem ist auch zu sehen, was unsere Soldaten allein nur, wenn sie für unsere Sicherheit Sorgen zu leisten haben. Wenn man nur daran denkt, was die Schutzkleidung, über die wir sprechen, jetzt in Zollen wiegt. Aber wie gesagt, keine Sorge. Ich glaube, der Kamerad steht gleich wieder. Ja.